Verdestöre die Geschütze auf dem zweiten Lustschiff Wir wollen alle auf das Lustschiff, Lustschiff Und gucken was da abgeeeet Ja hallo und herzlich willkommen liebe Freunde Ich bin Spielmauer Gunshot Und wir spielen wieder eine Runde Batman Arkham Knight Und sind unterwegs zu den Luftschiffen von Simon Stack Oder wie auch immer der heißt Ja falls euch bei meinem Kanal gerade aufgefallen ist Dass ich jetzt etwas anders heiße Ich bin natürlich immer noch Gunshot Gunshot88.de wurde mir Ich glaube damals als ich den erstellt habe Von Youtube gegeben Diese URL Und ich habe das jetzt einfach umbenannt Weil meine Videos nicht gefunden werden Wenn ihr einfach Gunshot eingibt Vielleicht ist euch das schon aufgefallen Ja wenn man jetzt aber Ganz schon 88.de eingibt Dann findet man alle Komischerweise Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis Nennt mich beim gewohnten Namen Ich werde mich auch nicht anders melden Es steht lediglich etwas anders da Und hoffe dadurch dass Natürlich für die Zuschauer Und so weiter Die Suchfunktion etwas erleichtert wird Nach dem was ich höre Hat Scarecrow fast die ganze Ace Chemicals Fabrik in eine Bombe verwandelt So ich mache mich jetzt auf jeden Fall Erstmal auf dem Weg Auf dem Weg Ähm Da hoch Zu diesem 900 Ähm Entfernten Punkt Das dürfte ein Luftschiff sein Das coolste ist ja Dass die Aufgabe lautet Ähm Finde einen Weg Da hoch zu kommen Der wird Augen machen Wem soll ich irgendwelche Wege finden Ich hoffe das geht diesmal Ohne viel zu sein Ohne viel zu sein Die Stadt ist in der Hand der Gangs Scarecrow steht ganz oben in der Hackordnung Und keiner dieser Männer wird sich mit seinen Leuten anlegen wollen So Jetzt sind wir relativ nah dran Ja bitte Jetzt schon die Flügel einklappen Wäre ein bisschen früh gewesen Ne? Na 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 Hallo Ich will da andocken Danke Doch das ist mir doch Die Miliz hat Stacks Luftschiff gekabert Und einen Wachtturm mit Geschützen errichtet Sieht aus als würden sie von dem zentralen Kommandopunkt gesteuert Ich muss ihn ausschalten Der Soldat ist mit einem Gerät ausgerüstet Das meine Detektiv Modussysteme orten kann Wenn ich sie zu lange einsetze Kann er meine Position bestimmen und seine Leute Hä? Und seine Leute Ö Stell dir Stacks Gesicht vor als wir ihn harponiert haben Aber hallo Glaubt du wohl er wäre sicher auf dem Luftschiff Wer fliegt denn auch bitte in dem Luftschiff rum? Da kann man ja gar nicht vorbeischießen Was macht er überhaupt in Gotham? Er wusste doch was passieren würde Jeder in der Stadt wusste es Hat sich vielleicht von seinem hierbleiben Profit versprochen Der ist auch nur ein stinkreicher Parasit Oh Gott Achso die fahren da ganz unten Er ist hier lang Ah Hier lang da drüben Oh Ihr habt mich tatsächlich alle schon gefunden Ach da bist doch du mit den Scheiß Sensoren ne Die halten nichts aus Dieses ganze Training es bringt nichts Dieses Wie er rumweint Wärms Okay ich hab die Milizen ausgeschaltet Jetzt muss ich den Tome deaktivieren Mann Mach dein Betty Symbol Ach macht er nicht Doch er macht es Überall dein Logo hinknallen Dreckiger Mannigeier Alter Gut Kapuze Bin bei den Luftschiffen Was hast du gefunden? Nun auf den Blaupausen ist eine Luke zu sehen Die von der Oberseite des Schiffs aus erreichbar sein sollte Mr. Stag liegt wohl viel am Schutz seiner Forschung Die Sicherheitsvorkehrungen dürften hoch sein Danke Alfred Lucius Wie kommen sie mit dem Distanz Hacking Gerät voran? Ich werde es bald brauchen Vielleicht sollten sie Hellseherei in die Jobbeschreibung aufnehmen Mr. Wayne Ich lade die neueste Entschlüsselungssoftware in das Terminal im Lager im Wayne International Plaza Dort können sie sie abholen Der hat so einen vorwurfsvollen Blick drauf der Typ Sammle das Distanz Hacking Gerät vom oberen Ende von Wayne International Plaza ein Ok Oh das ist doch gleich um die Ecke Mensch Na klar Betsy hat wieder Oh ne Das wäre ja fast schief gegangen Wiei aber nur fast Lopp So und hier darf ich sie jetzt einsammeln Zeig mal her Hallo Ich will was einsammeln Ich erwarte hier eine Lieferung von DHL Hallo Ne ehrlich jetzt Guck mal 15 Meter unter mir hier Oh lol Ne das ist was anderes Hä? Achso Ach wieder ein geheimer Knopf Ich habe diesen schwarzen Gesichtsscanner, den Augenscanner natürlich übersehen Wie konnte mir das noch passieren? Gleich so eine Kryokapsel hier Distanz Hacking Gerät Sicherheitscode und Multi Hack Gerät löst umliegende Objekte und fallen aus der Ferne aus Oben auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke Ich kann mit dem Distanz Hacking Gerät hinein gelangen Ich weiß warum es dir hier oben gefällt Bats Hier hast du Zeit über die wichtigen Dinge nachzukrübeln Zum Beispiel ist Oracle tot? Ist das alles meine Schuld? Wer stirbt als nächstes? Hahahaha Jetzt runter da, dann finden wir es raus Die Luke ist von innen verriegelt Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann ich die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanz Hacking Gerät überbrücken Null muss ich da wieder Das wollte ich nämlich wissen Welches fucking Jetzt kann ich es mal Ui, ach jetzt geht das wieder los Mh Mh Aha Biochemie Okay Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin Ich hätte das Distanz Hacking Gerät gar nicht gebraucht So Jetzt aber Mh Das sieht ja sehr Schön aus hier Lipp Ja Ja Okay Wir müssen 100% hier durch Du zieg jetzt schon Ist auch ein kleiner Hulk unser Batsi, oder? Hat er sich das grüne Zeug gespritzt, der Junge Ah Ah Hup Oh nein Das sieht doch schon wieder nach irgendwas vom Riddle aus Ich hoffe, da hängt da jetzt nicht mit drin Ich hab nämlich keine Zeit für Rätsel Ich hab denn keine Zeit für Aber hier, komm ich hier durch? Gitter betreten Jawohl Die Soldaten nutzen eine unbemannte Drohne Wenn ich die Fernsteuerung des Piloten hacke Kann ich die Drohne umprogrammieren Und gegen sie einsetzen Du nehm ich du mo- äh Mo Distanz Hacking Gerät Ich muss den Soldaten anvisieren, der die Drohne steuert Ja, ich hab ihn anvisiert jetzt Ich habe die Codes Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen Du hast was von Feind? Perfekt, du Mio Tja Haben meine Mitarbeiter ja sehr gut gemacht, ne? Komm ich hier durch? Ui Fingerabdrücke nicht erkannt Zugriff verweigern Mensch, du hast den Handschuh noch an, Betty Mach nochmal, komm Geht nicht Du musst den Handschuh ausziehen Hm Die Falltür sieht aber einladend aus, oder? Der muss sich aber diesen Schrank hier bekriegen, ne? Kann ich bestimmt schieben Oder auch nicht Sieh nur, wie groß das Ding ist Ich hab's nicht nachgemessen Aber er ist größer als dein Eierschoner Warte mal, irgendwie... Ich muss da tatsächlich jetzt schon lang, oder was? Schau mal, hier ist auch noch was drinne Was ist denn das? Halt Und nu? Was hat jetzt hier gemacht? Zeig irgendwelche Schabenfreit Herrlich Hm Hm Dass ich das Ding wegschieben Oder irgendwas damit machen muss Ist ja wohl klar Ja, am besten ist natürlich, wenn du dich verpieselst hier, ne? So Ich mach einfach die Detektivsicht an Und dann seh ich trotzdem nicht, wie ich das Ding bewegen Ich könnte es wegsprengen Was war denn nochmal? Explosivgel, so Okay, scheint nicht richtig zu sein Feathering Ja, das ist auch wieder sehr schlau Bad Claw Auch nicht Was hab ich noch Schönes? Ni, 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 ni Ja, genau Ni, 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 ni Ferngesteuert Seilwerfer Auch nicht Jetzt hab ich nur noch 9, 0, Distanzheckinggerät Da drüben steht irgendwas Guck mal Was ist das? Ah, siehste Jetzt kann ich hier doch irgendwas machen Mensch Mach doch mal Klick So, eine Halt Proteine, meine Güte Das müsste ich doch wissen Hm, interessant Wenn man das nur in Bewegung setzen könnte Wie er mir auf den Sack geht Sie haben einen Weg hinein gefunden, Sir Irgendeine Spur von Mr. Stack Noch nicht Der Arkham Knight und Scarecrow's Truppen haben getötet, wen auch immer sie finden konnten Es muss einen Grund geben, weshalb Sie da sind, Sir Was haben Sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig Wenn sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest Aber Sir, Sie haben die Chance, sie zu wählen Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt Auch Miss Gordon würde das wollen Ich werde niemanden mehr verlieren, Herr Fred So, leertasse Luftschiff Stabilitätssteuerung überbrücken Genau, jetzt lenke ich das so, dass das Teil da wegflutscht Ich sollte jetzt die volle Kontrolle über das Stabilisierungssystem des Flugschiffs haben Das Distanz-Hacking-Gerät funktioniert aber nur innerhalb eines gewissen Radius um die Steuerkonsole Gäste, die ihre Gruppe verlassen Werden bis zur Landung festgehalten, vielen Dank Gäste, die ihre Gruppe verlassen Okay, jetzt kommen wir hier langsam runter Joker Siehst du, du hast mich komplett auf deine Bahn geworfen Was denn jetzt? Jetzt muss ich mich wieder irgendwo hinneigen, aber Huuuui Hat er hier auch wieder ein halbes Labyrinth, ne? Menu, Menu, Menu So Wie kann ich wieder was kaputt machen? Warum befreie ich die ganze Zeit irgendwelche komischen Viecher? Ich weiß es nicht Ich tue es einfach Betty, der Retter der Insekten Vielleicht, äh Begegnen wir ja noch Ant-Man Wer kennt die nicht? Achso, jetzt muss ich hier wieder auch was verschieben Muuu Noch nicht So, jetzt komm ich da jetzt vorbei? Ne War das Teil hier überhaupt was, äh Ah Was ist das jetzt? Ist er jetzt aktiviert? Achso, ich konnte das vorher jetzt nicht bewegen, oder was? Halt, ich komm da durch Ich hab's grad gesehen Ich hab's gerade gesehen Ist diese Folge wohl, ähm mehr im Zeichen der Kletterpartie und der... Ne, das ist schon wieder irgendwas vom Riddler Ich will so ne Scheiß Trophäe gar nicht haben Ih, mich interessiert doch die Story Ich muss doch ihr Leben retten Ey Falsche Neigung Warte mal, wenn das Ding jetzt ganz da drüben ist, ne? So Jetzt muss ich den Scheiß nämlich wieder deaktivieren Ne, mein Schatz Nimm deinen Kack-Detektiv-Dingen da Genau, so Jetzt neigen wir das Ding wieder Und jetzt komm ich durch Perfekt Ja, ich muss noch mal ein bisschen länger nachdenken Dann klappt das auch Was ist hier? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Oh mein Gott Was wäre der gefährlichste? Auf die Gelegenheit, alter Bischofs Ich würd sagen Ihr kommt nicht unterbrochen im Satz Aber ich denke das macht ja jetzt auch nichts mehr aus, ne? Hehehe Tybiii So Oh ja, Rätselchen spielen Was haben wir jetzt? Elektrolyte? Elek-ele-ele-elektrizität? Ne, das sind zu wenig Buchstaben E Eletente Ente Da steht Ente Elemente Boah, Alter, ich kriege so Da fehlt ein Ich will Die Soldaten haben Stag Und so wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch Ich muss ihn retten Juh, das machen wir Es wird wieder ein bisschen rumgehen Wir schlagen in die Fresse von euch drei Und große Typen sind auch wieder dabei Ich weiß auch nicht, warum ich dazu neige zu singen, wenn so viele Gegner kommen Alter, das sind echt mal viele, ne? Betti, 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 ausweichen Ausweichen Wir nehmen uns schon Hilfsmittel. So, weg ist er. Und der nächste kleine Wichser. Ihr habt da übrigens immer blaue Sterne über dem Kopf. Ich glaube, das ist wie Vorsehung, dass ihr gleich K.O. geht. Oh, da steht noch ein Einzelner rum. Ja, da kriegt es halt einen voll auf die Zwölf. Das soll ich dir dazu sagen. Ich habe keine Zeit mehr hier mit dir länger zu beschäftigen. Wo bist denn du? Wo legst du denn rum? Oh, da. Ja. Was denn jetzt? Jetzt steh'n ich von innen. So schwer sollte die aber nicht wieder aufstehen. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich verliere den Verstand. Wir bringen ihn zu Ark 2. Kommen. Batman! Nein! Chance. Sag auf Wiedersehen. Du siehst ihn nie wieder. Was denn jetzt? Fast, Bats. Ich hab gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus. Für dich. Stark wurde zur Scarecrow aufs zweite Luftschiff gebracht. Ich habe den Plan analysiert. Und anscheinend wird es euch automatische Geschütze gesichert. Es gibt ein Sicherheits-Terminal im Forschungslabor nahe des Hecks dieses Luftschiffes. Die Geschütze sollten sich von dort aus deaktivieren lassen. Verstöre die Geschütze auf dem zweiten Luftschiff. Wir wollen alle auf das Luftschiff. Luftschiff. Und gucken, was da abgeht. Was ist das für ein Gitter betreten? Das Ding unter mir? Muss ich da echt lang? Ich will nicht mal durch Gitter gehen. Ich will mitten im Leben stehen. Hast du geglaubt, du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman? Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Gotham gehört mir. Und ich mache damit, was ich will. Das gilt auch für deine Freundin. Arme, kleine Barbara Gordon. Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden verflucht, der sie im Stich gelassen hat. Sie ist dein Schwachpunkt. Deine Besessenheit zu ihr zieht dich immer weiter in den Abgrund. So, jetzt muss ich das zunieren. Ich hätte sie direkt töten lassen können. Es wäre grausam, sotistisch brutal. Aber ich habe andere Pläne für euch beide. Oh, Alter. Wie viel muss ich denn hier noch rumspielen? Wie mache ich denn das jetzt? Achso. Leute, das ist... Ich sollte von den Containern wegtreten, bevor ich das Luftschiff zur Seite neige. Ich sollte von den Containern wegtreten, bevor ich das Luftschiff zur Seite neige. Ich... Warte mal. So. Wie denn? Ich verstehe es nicht. Aha, jetzt komme ich hier angeblich durch. Komme ich aber nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht so? Na, das sieht doch schon gut aus. Meine Güte, manchmal mache ich es mir wahrscheinlich auch schwerer, als es eigentlich... Hä? Ist? Warte mal. Was ist denn jetzt? Jetzt komme ich da nicht weiter. Alter. Ey. Gott. Jetzt ist das langsam ein bisschen nervig hier, ne? Was denn jetzt? Oh, ich dachte schon, ich muss jetzt hier... Jetzt bin ich hier nur reingerannt wegen der Rittler-Trophäe. Wo muss ich ihn jetzt lang? Warte mal, wenn ich jetzt hier unten reingehe... Ich verstehe es trotzdem nicht. Ah, Leute, ich verstehe es nicht. Muss ich jetzt hier rein und das Ding dann wieder bewegen, oder was? Ne. So. So. Ja, und du? Dann komme ich trotzdem nicht weiter. Oh, ich raste aus, ne? Ich habe keinen Bock auf so'n Scheiß. So. Boah. Geh doch einfach durch, ey. So. Doch, das Ding muss ich bewegen können. So. So, habe ich es jetzt denn langsam mal? Oh Gott, nervt das ab. Huiuiui. Ich bin doch hier nicht bei einem Jump'n'Run. Drehfick die Hände mit... Oh. Wie löse ich was, Spiel? Ich habe dafür mein Detektivgerät, was mir so... Was ich tun soll. Hallo. Na, macht's doch mal irgendwann klick. Kohle. Kohlen. Hydrat. Kohlenhydrat. Schön. Sind wir hier auch noch ein Protein-Fitness-Show, oder was? Oder Ernährungstrainer-Lizenz? Keine Ahnung. Was jetzt? Na oben. Nur hinaus. Da wollen wir raus. Kleine Wow. Was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern dein Verstand. Also, äh... Sind wir noch Freunde? Äh? Ja. Freunde fürs Leben. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Ich muss den Soldaten anwesieren, der die Drohne steuert. Ich bin in die Drohne weise. Ich bin in die Drohne weise. Ich bin in die Drohne weise. Ich muss näher ran. Ich habe die Codes. Ich kann die Drohne oder ihre Ziele anvisieren, um sie gegen sie zu wenden. Ich bin in die Drohne weise. kriegt einer auf den Deckel. Nicht wahr? Hallo. Überraschung. Das ist nicht die Kinder, das ist die Betsy-Überraschung. Mit Spielspaß und einen auf die Fresse kriegen. Seid doch nicht gleich wieder... Hallo, übermütig. Komm, nimm mal die Knarre weg. Ich hab einen Saturn-Omaran. Weißt du, wie teuer der ist? Hä? Das war jetzt schlecht. Ja, na, dann geht das natürlich nicht mehr. Unmütig. Man ist nicht so dumm, hier rumzukommen. Wir sind auf einem verdammten Luftschiff. Wenn er hierher kommt, ist er tot. Will dir nicht sein, du bist nichts im Vergleich zu ihm. Verwende die Drohneweise. Ich habe die Codes. Ich kann die Drohne oder ihre Ziele anvisieren, um sie gegen sie zu wenden. Ja! Ich dachte, wir sind die Wissenschaftler. Warum lenke ich die überhaupt ab? Hier ist das Terminal. Jetzt kann ich hiermit was machen. Oh ja. Da ist die Konsole. Ich muss erst alle Gegner ausschalten, bevor ich sie benutzen kann. Okay. Soll passieren. Soll passieren, hab ich gehört. Soll passieren, hab ich gehört. Ich stehe Wache. Du stehst Wache? Alles klar. Warte mal, ich weiß noch nicht, ob der Typ da schon weg war. Betty, lass dich jetzt nicht gleich wieder abknallen. Ich hab da keinen Nerv zu jetzt. Was denn jetzt? Oh, Alter. Ist ein Nerv, ne? Ich hab keinen Bock mehr. Ich musste mir bereits meine Beerdigung anziehen und jetzt soll ich mir den Spaß nochmal antun? Vielen Dank für die Blumen. So. Jetzt haut das aber mal hin hier. Ich hab jetzt keinen Bock, wie jedes Mal die ganze Zeit das Fälle neu zu starten. So, das hab ich jetzt gemacht. So, jetzt stufen... da drüben! Wir kommen am besten auch hoch. Wenn hier alle nach und nach hochkommt, dann hab ich richtig... Das ist alles... da muss ich noch hochkommt. Alter. Da sie jetzt aus dem Weg sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren. Das war jetzt alles. Das war jetzt... Ja, na klar. Das ist glaube ich nicht, Alter. Eben zweimal Probleme. Jetzt mach ich hier bloß die Hälfte der Gegnerkalt. Du bist fertig. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Auf diese Aufnahme hinterlässt Stack keine Fingerabdrücke. Kein vollständiger Handabdruck. Es müssen Augenblicke so... Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Aha. Das ist jetzt also nicht ausgereicht, das ist... sehr nett. Da, der Nächste. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Wie viele Abdrücke willst du nun noch? Oh, komm, 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 komm. So, ich glaube hier. Ich brauche ein Bild, auf dem Stack irgendwas im Raum berührt. Ja, ist ja gut. Ich habe mir gedacht, das reicht auch, wenn du das siehst. Da, jetzt. Da, da. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Ja, ja, nichts leichter als das, Betsy. Ich mache einfach mal alles für dich hier. Uh. Da, da wieder den Boden berührt. Gucke. Jetzt gehen wir da ran. Gehen da hin. Stag hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich weiß, wo Stag seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Skin. Das tun wir. Was soll er wieder? Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Oh, apropos klitzekleine Stückchen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? Wortspiel. Ha, Idiot. Ja, liebe Freunde. Wir werden dann gleich mal die Puzzleteile zusammensuchen. Für diese Folge war es das erste Mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wenn wir diesen Handabdruck vervollständigen und dann Scarecrow weiter auf die Schliche kommen. Hoffentlich natürlich. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ne? Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, natürlich konstruktive Kritik wieder in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.